Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren jetzt auf Mero und zwar hat er wirklich einen Song mit Morat gemacht, wenn man ihn so ausspricht. International Act und Enno zusammen. Luciano hatte auch letztens was mit ihm, stimmt. Auf Ennos Kanal, Enno, Morat, Mero, Imaginando, Imaginando, was heißt das? Heißt das so Imagine? Stell dir vor. Okay, 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 ich bin gespannt. Wir gucken mal kurz hier rein. Folg Enno, folg Morat, folg Mero, Credits, Kamera, Schnitt, Produced. Steht hier nicht drinnen, ne? Steht mal wieder nicht drinnen. Junge, wie lame war der Song? Bruder, der Song davor war wirklich zum Einschlafen, ne? Jetzt komm, bitte irgendwas Gutes hier. Okay, bisschen beweglicherer Sound am Start. Tut jetzt mal ein bisschen gut, nach dem davor, was wir gehört haben. Ist auch mal wieder schön, Mero und Enno zusammen zu hören, weil, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben alle deren Anfangszeit krass gefeiert. Als die mit Ferrari kamen, das war Mero's viertes Single. Ich glaube, ich habe einen Song noch nie so oft gehört. Boah. Hm, okay. Kennst du Eurovision mit Morat und Central Sea? Nee, Bro, kenn ich nicht. Aber ehrlich, hört sich entspannt an. Bro, was ist das für ein Flex, wenn man dein Auto für den Videodreh nutzt? Wenn ich mich nicht täusche, ist das der Urus von Mero, weil der hat sich einen in grün geholt, ne? Ich glaube schon. Oh, sorry. Ey, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Die Melodie. Ich glaube, jetzt sind wir in der Hook. Ich glaube, jetzt sind wir in der Hook. Welche Sprache ist das? Äh, Español. Ich glaube, jetzt sind wir in der Hook. Das hat gut gepasst, sein Flow. Hat gut gepasst gerade. Ey, Morat hat mir echt gut gefallen auf dieses Song. Mal gucken, was Endo und Mero machen. Die müssen jetzt nur noch für mich zwei solide Parts machen. Und dann passt es. Dann passt es. Nichts auf Toomfish, Toomfish. Okay. Mero's Part war okay. War jetzt nichts weltbewegendes. Kein krasser Part gewesen. Hat gepasst. Sein Zweck erfüllt. Aber Morat ist der Bruder, der den Song hier gerade macht. So. Weißt du, was für mich auch geil ist? Normalerweise immer bei so melodischen Songs, vor allem die ganzen Newcomer, die kommen alle und singen in dieses Mikro und versuchen einfach auf Krampf zu zeigen, dass sie singen können. Dadurch geht der Song, finde ich, kaputt. Und der Bruder macht es so gut. Beweglicher Sound. Gechillter Vibe. Entspannte Stimme, aber melodisch. Passt. Er muss nicht irgendwie auf Krampf da rein singen. Ich mach ihn an, du. Lass dich alleine in dein Bett, wenn mich die Nacht ruf. Sie ignoriert mich, aber schreib mir dann, was machst du. Die Sonne geht schon wieder auf und ich bin schlaflos. Ich mach ihn an, du. Küss mit alles ging gut bis jetzt. Okay. Okay. Enno mit einer höheren Stimme. War jetzt okay. Hat sich jetzt nicht schlecht angehört. Hat gepasst. Was ich, was, ähm. Ich bin euch ehrlich. Ich hab mehr erwartet. Bei dieser Dreier-Kombi hab ich wirklich mehr erwartet. Ich dachte, das würde jetzt wirklich mich komplett überzeugen. Ist nicht. Ist aber auch nicht schlecht. Ich find der Vibe sehr chillig. Das gefällt mir an dem Song. Aber ich hab halt mehr erwartet, kann ich sagen. Diesen Vibe finde ich halt einfach sehr, sehr entspannt. Das kann ich mir gut geben. Meadow und Ennos Parts gepasst. Ennos hohe Stimme, ja. Kann man sich drüber streiten. So an ein, zwei Stellen war es ein bisschen, ja. Aber sonst geht fit. Morat hat den Song gemacht. Die Hook ist es. Problemas in mi mente ignorando. Es que soy guerrero sin comando. Sin comando. Okay. Nochmal. Nein, nein, nein. Den einen Song hören wir nicht nochmal. Okay. Was sagt ihr von 10? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ehrliche Meinung von 10. 7,5 bis 8 von 10. 7,7. Krass. Ey, wie ähnlich wir uns sind. Krass. 8,8,7. 7,56. Ich wollte 7 sagen. Solide 7 von mir. Aber ich finde wirklich, Enno ist ja auch wieder ein Song auf seinem Channel. Das Ding war ja auch von ihm. Gefällt mir echt gut, seitdem er wieder da ist. Seitdem er wieder da ist. Ich finde, seine Songs hören sich sehr, sehr viel reifer an irgendwie. Gefällt mir auf jeden Fall. Okay. Das war es mit dem YouTube Video. Kommt gerne vorbei auf Twitch. Wisst Bescheid, sind am Start. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.